Vielen Dank an Timo und an Flo für die Nominierung. Ihr habt für das Baderock Festival einen Kuchen gebacken. Wir sind jetzt an der Reihe Bank 2. Wir nehmen wieder ein Ausfall und alles. Los geht's. Wir nehmen wieder ein Ausfall. Wir nehmen wieder ein Ausfall. Wir nehmen wieder ein Ausfall. Liebes Baderock Festival, unser Heimfestival. Auch von uns alles, alles Gute zum 20-jährigen Jubiläum. Auch wir haben euch einen Kuchen gebacken. Und da Flo ja eigentlich schon alles gesagt hat, wann ist es, wann ist es Flo? 12. April. Und wer dort alles spielt. Dabei sind Security. Weil es uns eigentlich nur noch Freunde zu sagen. Wir freuen uns doppelt so arg. Wir haben zwei Kuchen gebacken und haben viel, viel mehr Kerzen als ihr. Also. 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 So Flo, was kommt ihr mit? Was kommt ihr mit? Das war's für heute.